Hier ist Gartenvideo.com. Mein Name ist Markus Kobbelt und unser Thema heute Blue Sprother. Ja, das ist eine neue Heidelbeere. Wir testen in unseren Besuchen immer wieder Heidelbeersorten und diese ist uns jetzt schon seit einigen Jahren aufgefallen und dieses Jahr haben wir uns entschieden sie nächstes Jahr auf den Markt zu bringen. Blue Sprother. Nun, da bekommt man nicht gerade den Blues, sondern eigentlich das Gegenteil davon, wenn man sowas sieht. Gigantischer Ertrag schon bei einer jungen Pflanze. Man sieht eigentlich fast nur blau, wir sehen bei keiner Heidelbeerpflanze diesen wunderschönen Ertrag. Nur blau und dazwischen ein bisschen grün. Eine wunderschöne Farbkombination, eine Freude auch für Sauge. Reif wird Blue Sprother im August, den ganzen August über. Die ersten werden reif Ende Juli, Anfang August. Jetzt sind die ersten reif. Die meisten blauen sind noch nicht ganz reif, sind gerade jetzt, haben sie den Farbumschlag gehabt und sie werden sich die nächsten Wochen noch weiterentwickeln. Man sieht hier im Inneren der Büsche, die Sorte ist gigantisch fruchtbar immer noch zusätzliche Heidelbeeren. Blue Sprother Heidelbeeren, die noch grün sind und sich erst in den nächsten Wochen verfärben werden. Man kann so sagen, reife Zeit mindestens hier in unseren Versuchen in Norddeutschland während dem ganzen August. Blue Sprother ist in unserem Sortiment eine gute Ergänzung. Es ist eine der besten Heidelbeeren. Die besten haben wir mit Blue Roma und Blue Dessert, mittlere Reifezeit, späte Reifezeit. Und gleich danach eigentlich in der Qualität kommt auch Blue Sprother. Der Grund aber, dass wir Blue Sprother ins Sortiment nehmen, ist nicht die Fruchtqualität und nicht allein die Fruchtqualität. Es ist dieser gigantische Ertrag und der buschige, kompakte Wuchs. Von den normalen Kultur Heidelbeeren, von den Highbush Blueberries, von den Northern Highbush Blueberries, ist das die Sorte mit dem kompaktesten, buschigsten Wuchs, mit dem kompaktesten und buschigsten Wuchs. Ideal für Terrassi-Balkon geeignet, wenn man eine höhere Heidelbeere will, die aber nicht zu hoch werden soll, vielleicht bei einem Meter bleibt und dabei mit dem grössten Ertrag und mit einer der besten Qualitäten. Also ergänzt unsere kompakten Heidelbeeren, Little Blue Wonder, Sunshine Blue und auch Blue Drop, mit einer Kultur Heidelbeere, die ein bisschen höher wird, aber auch kompakt buschig bleibt und diesen gigantischen Ertrag bringt. Man kann ihn fast nicht beschreiben, außer mit einem blauen Wunder, mit einem Blue Wonder oder eben als Blue Brother. Ich habe die Sorte jetzt ein paar Jahre beobachtet, dieses Jahr ganz intensiv, alle zwei Wochen, wenn ich hier im Bad Zwischenhand war, bin ich bei den Versuchen vorbeigegangen, habe im Frühjahr die buschigen Pflanzen gesehen, dann die vielen Blüten auch gefilmt und jetzt schlussendlich diesen gigantischen Ertrag auf Blue's Brother. Ein blaues Wunder mit Blue's Brother. Verloren im Labyrinth, aber ich weiß den Weg. Hier geht es zu Lubera.com, zu unserem Shop mit über 5000 Gartenpflanzen und über 5000 Gartenprodukten. Hier, hier geht es zum YouTube-Channel, da können Sie sich einschreiben. Hier unten, da geht es zu Gartenvideo.com, wo Sie viel einfacher durch unsere über 1500 Videos surfen können und hier, hier geht es zu Garten.com, wo es mehr Garteninformation und mehr Gartenunterhaltung gibt. Und jetzt gehe ich weiter. Gartenunterhaltung Gartenunterhaltung